Willkommen zurück meine lieben Freunde, hier ist euer M3D bei Dark Parables 5 und gefunden, aha, so geht das, neuer Gegenstand, was auch immer das sein soll, was ist das, ein Uhrwerk, okay, oh, ich wollte auf die Trompeten klicken, oh, was ist das, ui, was ist das, ein Kameroobjekt, sagen nur mit königlicher Kleidung, aha, oi, das ist so ein Zeiger, macht aber keinen Sinn, ich brauche Flüssigkeit, damit der Gegenstand im Inneren nach oben treiben kann, ach du meine Güte, ich will es mit reinpinkeln probieren, was war das denn gerade, hat sie so gefunkelt, komischweise gar nichts, beobachtet, bin ich etwa jemand, die Kerzen in diesem Raum erstrahlten, als ich den Glasschuh aufhob, Ah ja, oh ne, ein Teil des Gemäldes fehlt, boah, ich dachte schon, ich müsste jetzt dieses komische Dingsmups erlösen, das wärs gewesen, das wärs gewesen, meine lieben Freunde, was ist das, gar nichts, okay, oh, ich wollte gar nichts raus, hallo, Verschiedene Gegenstände, das hat man schon gelesen, okay, oh, hat er, hat man ja auch schon, Von hier aus kann ich den Glockenturm im Garten sehen, wie romantisch, ja, ich denke mal, hier haben wir alles abgeklappert momentan, das sieht doch schon mal sehr gut aus, Moment, was war das, Im Gegensatz zu ihrem Zwilling auf der anderen Seite des Gemäldes scheint diese Vase zerbrochen zu sein, Welche Vase, ach, das ist eine Vase im Endeffekt, okay, heftig, Boah, Gott, was ist das denn? Hallo? Die letzte der drei Gläser in den Hofdamen, oh mein Gott, Die Untersuchung der Gläser in den Hofdamen gibt keine Hinweisepreise, wie man den Fluch brechen kann, Aber sie hat einen Schlüssel dabei, Schrankschlüssel, ja, das ist gut, Sehr gut sogar, Hier könnte die Uhr reinkommen, ne? Das hat sich grad bewegt, Ach du meine Güte, Puppenschlüssel, Sie verarschen, ich bewege da keinen Meter in meinen Fuß da rein, Vergiss es, ey, Was ist das für ein krankes Spiel, Bitteschön, Oh, ein Glasengel, Cool, Was ist das? Ah, Die letzte Cinderella, Sehr cool, Die sieht wie das klassische Cinderella-Märschen aus, Indem der Prinz Cinderella ihren Glasschuh anzieht, Wie romantisch, Okay, Ah, hier braucht man einige Gegenstände, Alles klar, Müssen wir halt mal finden, Aber warte mal, Wir können es mal anklicken, Für diese drei Aussparungen benötige ich etwas, Das meist in den Ankleidungszimmern gefunden werden kann, Darunter auch dieses eine Ding, Was wir gefunden haben, Ne, Ja, ist ja egal, Fehlt mir schon noch, Kein Stress, Was ist das? Ohne das Uhrwerk funktioniert die Uhr nicht, Ah, Und hier ist die 12, 12, Ist das gut, Ist das schlecht? Für die Uhr brauche ich eine Ziffer, Und die Nadeln ähnlich, Und die Zeitanzeigen, Na, Verdammt, Okay, Oh, Warte mal, Ich will auf diese Flasche drücken, Das Essen ist noch nicht verdorben, Es muss noch vorbei, Gestern Abend gestammen, Na ja, Irgendwie sowas, Okay, Wir machen erstmal den Schrank auf, Meine lieben Freunde, Wer war das? Ihr Gelächter klang garstig, Und biestig, Ja, Genau, Erstmal eine Flasche Rotwein mitnehmen, Eine Weinflasche, Und Gesichtsbuderdöschen, Okay, Erstmal schminken, Und Alkohol trinken, Dann läuft es auch wieder, Ja gut, Wir müssen da rein, Kacke, Oh, Da fehlt was, Das Organ in der Mitte der Puppe wurde entfernt, Was für ein Organ, Ein Gesichtsbuderdöschen, Tja, Hätte das sein können, Okay, Na gut, Keine Ahnung, Was wir suchen, Ich würde mal sagen, Wir gehen mal raus, Eins davon gehört bestimmt hier rein, Oder? Ne, Macht gar keinen Sinn, Alles klar, Hier kann man ja auch nichts machen, Und wir können die Weinflasche auf den schmeißen, Verpiss dich, Mistvieh, Oder hier, Mit so einem Fächer, Oh, Blöder Vogel, Ohne Witz, Ach, Jetzt habe ich es kapiert, Moment, Logisch, Alter, Das muss natürlich schöner, Teurer Rotwein sein, Geh, Bisschen so, Plastikgammelding, Ruhezeiger, Da sind sie, Sehr cool, Und, Gib ihm, Oh, Was ist das? Nein, Interaktiere mit allen Teilen des Rätsels, Bis alle fünf Symbole in der Mitte aufleuchten, Ernsthaft, Ach, Wie süß, Die Geschichte, Oh, Das ist ja schön gemacht, Ey, Cool, Nummer 1, Ach, Ach, Das war es schon, Nummer 2, Okay, Was haben wir hier? Noch gar nichts, Ah, So funktioniert das, Gutes Rätsel, Muss das genau etwa hier hin, Könnte das sein, Könnte ich mir vorstellen, Ehrlich gesagt, Meine Freunde, Boah, Alter, Fail, Wir probieren es nochmal, Ist ja kein Problem, Aha, Es geht also immer so weiter, Na gut, Probieren wir es nochmal, Und, Boah, Das zu treffen, Ist aber auch eine heikle Sache für sich, Ja, Da brauchen wir auch viel Glück dazu, So, Warte mal, Wir gehen mal hier so, Zwei so zurück, Und probieren es ja wieder mal mit 1 rechts, Ja, Gut, Warte mal 1 so, Und, Ab geht's, Boah, Alter, Wie viel Glück braucht man da denn, Bitteschön, Yeah, Was haben wir hier? Ah, Okay, Da muss man einfach einen Glasschuh erstellen, Geil, Was haben wir hier? Ist die Reihenfolge egal, Anscheinend, Ja, War egal, Sehr schön, Geschafft, Ach, Guck mal, Da oben, Der Wagen hier, Das ist die Reihenfolge, Das ist die Reihenfolge, Das ist die Reihenfolge, Das war die Zürich in der Zürich auf die Ball gewartet. Eine alte Frau hat ihr eine neue Ballgänge und Zürich in der Woche gewartet. Diese Kulose muss man sich zu kursen. Ich habe diese Frau in der Zürich gewartet. Bitte, hilf mir herauszufinden, wie sie aktivieren diese Zürich, Detective. Hier, mach was. Ich habe diese Figurine in meiner Suche der Mansion gefunden. Hier ist auch noch nichts. Faszinierend, in diesem verschlossenen Gefäß befindet sich ein Stück Käse. Das ist eher unglaublich anstatt faszinierend. Eine Ballmaske. Oh, die letzte Sintarella Teil 2. Sehr geil. Was könnte man mit dem Käse vorhaben wollen? Naja gut, solange wir ihn noch nicht brauchen, interessiert es uns einfach gar nicht. Hier waren wir schon. Das ist eher unglaublich. Wie geil. Aber der Käse ist noch heil. Das ist super. Okay, wollen wir mal gucken. Ach du meine Güte, Müllkippe. Verzierte Vase. Wie verziert man eine Vase am besten? Das ist eine gute Frage, ey. Also hier kann ich die Methode echt nicht mehr durchziehen, ne? Kann man vergessen, ey. Das ist jetzt nur noch reines Glück, wenn ich etwas finde. Tja, was gefällt mir noch? Das sieht komisch aus auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Und das? Tja, bringt alles nichts mehr. Guck mal hier. Krass. Ah, es war gerade wieder viel Glück. Statt irgendwas oder so. Irgendein Können. Krank, ey. Oh, der Witz. Okay. Sieht gut aus. Sieht gut aus, meine Freunde. Tja, was jetzt? Das sieht komisch aus, genau. Jetzt bin ich überfragt. Wir sollten langsam mal gucken, würde ich behaupten. Ah, das ging auch noch korrekt. Komm, wir gucken jetzt mal langsam. Ah, das brauchen wir. Das ist doch mal sehr leicht gewesen. Das sieht komisch aus. Ne, brauchen wir aber nicht. Tja. So ein paar komische Glasgefäße sind das ja im Endeffekt. Alter, find das mal hier. Das ist ja voll krank. Das sieht komisch aus, jawohl. Wie sieht's denn damit aus? Braucht man nicht. Alles klar. Wow, wow, wow. Ich bin beeindruckt auf jeden Fall. Also hier haben die sich mit dem Verstecken echt Mühe gegeben. Aber aufs Übelste haben die sich Mühe gegeben. Ist ja voll krank. Oh, das braucht man hier? So. Das hier fehlt nur noch dieses komische Teil. Wo könnte das nur wieder sein, ey? Ah, da oben. Sehr geil. Geschafft. Neuer Gegenstand. Irgendeine Vase. Verzierte Vase. Gehen wir mal raus, hm? Oh, guck mal hier. Die ist farblicher geworden, oder? Das könnte sein. Oh, hier, ob das jetzt hier Schwester ist. Sirena. Was fehlt uns denn eigentlich jetzt noch? Wir hatten doch hier diese Sachen, wo wir drauf machen mussten. Ist aus wie ein Messer. Was braucht man denn dafür? Okay, auf jeden Fall dieses Puderdöschen hier. Und mehr haben wir noch nicht gemacht. Das ist schon bitter irgendwo. Die Vase. Wo könnte man die Vase hinpacken? Boah, Alter, wie das hier aussieht. Das ist schon echt geil gemacht. Hier in der Mitte braucht man ein Puzzleteil. Das haben wir ja nicht. Warum leuchtet das denn hier? Das verstehe ich nicht, ne? Ui! Da, das ist ein Kamm, kein Messer. Juhu! Die letzte Cinderella. Drei von vier. Sehr geil. Dieses Märchenbuch erzählt die verschiedenen Cinderella-Geschichten. Die Cinderella sind diesen Erzählungsslammen aus der ganzen Welt. Dieses Märchenbuch erzählt immer noch die verschiedenen Geschichten. Na gut. Und da sind Frauen weggestrichen worden. Sie muss Cinderella suchen. Das Mädchen mit dem reinsten Herzen und der unbeflecktesten Seele. Und sie muss Jugendfrau sein anscheinend. Was? Ich muss Perfekte finden mit den reinsten Seelen. Okay. Na gut, das ist gut zu wissen. Wollen wir mal rausgehen hier. Wir können ja nochmal in den Hof gehen. Okay, bringt uns eigentlich auch nicht viel, ne? Wir haben gerade mal jetzt nur diesen Kamm noch gefunden, der uns irgendwas bringen könnte. Zack. Und ich würde vermuten, man braucht noch einen Spiegel oder irgendwas. Aber wo finden wir den? Alter, was ein Kamilienobjekt. Aber ich glaube, man erkennt sie jetzt ein bisschen besser. So minimal. Ganz minimal. Ich geh nochmal rein und rede mal mit der. Ich habe gerade dieses Bildfragment gefunden. Woher gehört das? Ich verarschen, ey. Ich denke, du hast einfach irgendwelche Sachen vorenthalten. Dankeschön. Rein damit. Oh ne. Oh. Oh. Die Puzzletzeite ist so an, dass ein Bild entsteht. Ein Bild muss entstehen. Ja, das ist ja jetzt momentan nicht so schwer. Ja. Warte mal. Was könnte denn hier unten hinkommen? Das sieht so danach aus, oder? Ja. Ja. Warte mal. Das würde ich eher mal nach oben machen. Ja. Man kann das komplett so verschieben. Das ist natürlich gut. Sogar sehr, sehr gut. Ja, schön. Und das dann hier hin. Na also. Moment, noch irgendwie tauschen. Ach ja. Natürlich. Fies. Was geht hier? Hä? Ach so. Die Teile muss ich einfach nur drehen. Ja, dann ist ja okay. Das wird so gedreht. Sehr schön. Und das so. Klingt voll komisch, dieses Geräusch hier im Spiel. Warte mal. So. Die streben wir zweimal. Ja. Und so. Und so. Ach ging ja. Hinter dieser Wand befindet sich ein geheimer Balkon. Und das, meine Freunde, werden wir in der nächsten Folge erforschen. Tschüss.